Jetzt hier noch etwas zur Theorie von Automaten. Wir haben ja schon erwähnt, dass man Cara als Automaten sehen kann. Und Automaten kann man auch noch für sich immer wieder sehen, dass sie sich in entsprechenden Zuständen befinden. Und Zustände wären dann hier zum Beispiel der Zustand des Laufens. Cara bewegt sich also, als er es hier laufen lassen würde. Cara befindet sich in diesem Zustand, geht jetzt über, ist dann der Zustandsübergang in einen anderen Zustand. Und Cara hat dann eben bestimmte Möglichkeiten. Hier hat Sensoren. Und die Sensoren sind seine Eingabemenge. Ich habe das hier auch in dieser Präsentation dargestellt. Also Eingabemenge, was in den Automaten hereinkommt, sind all diese Eindrücke. Und als Ausgabemenge hat Cara dann hier diese Aktionen, die er machen kann. Also er kann geradeaus laufen, er kann sich nach links drehen, nach rechts drehen, er kann ein Kleeblatt ablegen oder kann auch ein Kleeblatt aufnehmen. Und somit erfüllt dann Cara, indem er eben Zustände hat, Übergänge von einem Zustand in den anderen, indem er Eingabemengen hat, in Form der Sensoren. Und indem er auch eine Ausgabemenge hat, in Form von Aktionen, alle Voraussetzungen, um als Endlicher Automat bezeichnet zu werden. Worum Endlicher Automat? Endlicher Automat deshalb, weil Cara nicht unendlich viele Aktionen, nicht eine unendliche Eingabemenge und nicht eine unendliche Ausgabemenge hat. Cara ist beschränkt auf seine Anzahl an Sensoren. An Sensoren haben wir, das können wir uns leichter anzeigen lassen, wenn wir hier einen Zustand auswählen und auf Bearbeiten gehen, hat Cara hier also als Möglichkeiten fünf Sensoren. Also ein Baum vorne, links, rechts ist ein Bild, vorne ist ein Kleeblatt unter ihm, hat hier also nur fünf Sensoren, fünf Elemente in der Eingabemenge. Und in der Ausgabemenge schaut es genauso aus, als wieder fünf Elemente, nämlich nach vorne laufen, nach links drehen, nach rechts drehen, Kleeblatt ablegen und Kleeblatt aufnehmen. Damit erfüllt also Cara alle Elemente eines Endlichen Automaten.